Wir führen die Nasolabialfaltenbehandlung in der natürlichen Art und Weise hier natürlich täglich durch. Auch hier ist eine Behandlung, die sehr schnell zeigt, wie das einfach gehen kann, ohne dass es Schmerzen zufügt. Man erkennt das durch das fehlende Augenzucken, denke ich. Aber wenn man das in dieser Art und Weise durchführt, hat man ein sehr schnelles, aber auch ein sehr natürliches Ergebnis und das kann man von einem Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie erwarten dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020